Ja Leute, jede Karriere geht mal zu Ende. Das ist bei mir auch so 27 Jahre reichen. Es war eine tolle Zeit, schön, dass ihr immer dabei wart. Ich würde mich einfach nochmal bedanken. Jetzt spiele ich dieses Programm noch bis 28. April in Basel. Schluss dann, deren Jahre eine Woche vorher in Aschaffenburg. Geht nochmal hier in Remchingen, St. Pölden, Linz, München. Guckt auf der Homepage, egal wo, schickt Leute, Freunde, Feinde, Bekannte hin und dann war es das. Aber es war immer geil. Irgendwann ist es mal gut. Genau. Comeback dann im Oktober mit dem neuen Programm Obacht Müller. Genau.